Ein Konferenzraum, oder hier ist auch die Kirche abends oder frühstens teilweise. Hier noch überall ein Fernseher. Hier nebenan ist ein Spielzimmer, da wird am Britsch Karten gespielt. Und da kann man sich's gut gelassen. Wenn man schlechter da ist, kann man sich schön da reinsetzen. Und da kann man sich's gut gelassen.